Wie man das Baby zum Beispiel beruhigt. Wir reden nicht über Klosterfrau Melissengeisen. Ja, die hatte ich auch mal neulich eine Kundin. Ich glaube, es hatte Husten, die hat die Hustensaft gegeben. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die hat ihr ein bisschen zu viel gegeben, damit es ruhiger ist. Zwei Fotografen. Zwei Meinungen. Ein Thema. Schwarz-Weiß. Der Fotografie-Podcast. Mit Felix. Und Marc. Moin Leute, hier ist der Felix. Und hier ist Marc Halli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast. Und es ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es der 30.12. Das heißt, morgen ist dann Silvester. Und ich bin schon so ein bisschen in Feierlauern. Mensch, wir hätten eigentlich uns so ein paar Sektgläser hinstellen können. Ja, das Problem ist aber, dass wir müssen halt immer zwei Wochen in die Zukunft denken, wann die Folgen ausgestrahlt werden. So weit haben wir nicht gedacht. Genau, wir sind froh, dass wir heute überhaupt ins Studio gekommen sind. Weil wir haben alles Mögliche zu Hause liegen gelassen. Genau. Unter anderem den Studioschlüssel. Genau. Aber auch nicht das erste Mal. Genau. Aber wir haben dafür Silvester-Kaffee in unseren Kaffeetassen. Und wir sind heute… Achso, ich habe Silvester-Schnaps in meinen Kaffeetassen. Ja, das heißt ja nicht nur ein Silvester da drin. Das stimmt allerdings. Nein, wir wollen heute ein bisschen über unser vergangenes Jahr resümieren. Ein bisschen darüber sprechen, was in diesem Jahr so alles passiert ist. Weil es ist relativ viel passiert bei uns beiden. Ich finde, es war ein sehr aufregendes Jahr. Und wir hatten es letztes… Letztes Jahr haben wir auch schon so eine Folge gemacht, so mit Rückblick, Weitblick, Ausblick. Und das machen wir dieses Jahr genauso wieder, dass wir so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, was wir so vorhaben. Mal gucken, ob es da was gibt. Und was so alles passiert ist dieses Jahr. Felix, wie war dein Jahr? Hat es sich gelohnt? Nee. Nee, hat sich nicht gelohnt. Schade. Wieder ein verschwendetes Jahr. Du weißt doch, jeder Tag mit dir… Danke. Diese Podcast-Folge ist hier mit zu Ende. Nein, also ich muss ja mal sagen, wir können ja mal andersrum anfangen. Wir hätten uns vielleicht die Folge von letztem Jahr mal anhören sollen, bevor wir hier starten, um zu sehen… Und zu vergleichen. Um zu vergleichen, ob wir erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Das wäre spannend gewesen, ja. Aber das könnt ihr ja gerne für uns machen. Genau. Hört euch die Folge mal an und gucken, ob wir das… Wir behaupten es jetzt einfach. Was wir dort erzählt haben, ob wir das erreicht haben. Tatsächlich ist, was ich schon gar nicht mehr so wahrnehme, wir filmen erst und haben unseren YouTube-Kanal erst in diesem Jahr im April gegründet. Ja, genau. Das war also ja so für den Fotospace, den kompletten Fotospace haben wir eigentlich erst in diesem Jahr aufgezogen. Von daher ist es schon viel, was passiert ist. Ich nehme es mal gar nicht so wahr. Für mich ist es dann irgendwie immer dann selbstverständlich. Wir haben jede Woche ein Video rausgehauen. Das finde ich tatsächlich erstaunlich. Komplette Jahre, ne? Genau. Am Anfang noch die Podcast-Folgen audio-technisch. Und mittlerweile, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann uns auch auf YouTube sehen. Yes. Ich habe jetzt übrigens diesen Handle, oder wie man das nennt, auf YouTube ist jetzt einfach thephotospace-de. Okay. Weil es anderes gab es leider nicht. Ja, es ist in Ordnung. Dann findet ihr nämlich auch unsere Homepage unter thephotospace.de. Schaut da gerne rein. Da erzählen wir gleich noch über ein paar Pläne, die wir für das kommende Jahr haben für den Fotospace. Ja, die Auftragslage wird definitiv besser. Das hat man dieses Jahr gemerkt. Also viele auch kurzfristige Hochzeitsanfragen noch, wo die Leute tatsächlich, das macht man sich überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, letztes Jahr zu der Zeit hatten wir sogar noch Ausgangsbeschränkungen und sowas bis 22 Uhr. Kann das sein? Ich glaube, im November kam doch noch mal so eine... War das nicht im vorherigen Jahr? Ich verwechsel die Jahre. Nee, ich glaube, letztes Jahr hatten wir keine Ausgangssperre. War gar nichts mehr, ne? Nee, im Jahr davor hatten wir die Ausgangssperre. Das weiß ich, weil da musste ich dann dort übernachten, wo ich gefeiert habe. Irgendwas war noch, also Maskenpflicht hatten wir auf jeden Fall, glaube ich, noch zu der Zeit. Irgendwie so. Aber auf jeden Fall war es ja mit diesen Hochzeiten immer noch beschränkt. Also es war ja noch nicht ganz klar, wie geht es jetzt weiter nächstes Jahr mit den Hochzeiten. Und dann war das ja plötzlich alles aufgehoben. Und da hast du dann gemerkt, dann haben die Leute sich gedacht, wir kriegen es doch noch hin, jetzt brauchen wir wunderbar einen Fotografen. Ich hatte so eine Anfrage, ja, wir heiraten in zwei Wochen, wir bräuchten dann noch mal einen Fotografen. Und dann denkst du so, jo. Ja, hatte ich jetzt auch. Ich habe jetzt diese Woche noch eine Hochzeit. Meine letzte Hochzeit in diesem Jahr. Gehe ich jetzt mal davon aus, wer weiß, was noch kommt. Du, an Heiligabend, wir haben uns überlegt, das wäre doch total schön spontan. Och, ich hätte frei, so ist es nicht. Ne, genau. Also ich habe da echt noch eine Hochzeit jetzt dieses Jahr. Ja, stimmt. Also der Fotospace war sehr einschneidend für uns. Da haben wir doch relativ, also viel Zeit auch reingesteckt, viel Arbeit auch reingesteckt. Den haben wir, genau, den haben wir gelauncht, haben wir den ja im April. Also die Homepage und dann der Umstieg auf YouTube. Und damit haben wir, genau, unser komplettes Konzept ja auch geändert, dass wir eben die Folgen auch per Video aufnehmen. Was man echt sagen muss, es macht schon echt viel Arbeit, aber es macht auch unheimlich viel Spaß. Also ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht mehr zurück, weil ich finde es einfach schön, es macht Spaß. Ja, es ist auch so, dass wir uns angucken müssen. Ich meine, irgendeine Downside hat es ja immer. Wobei, also das fände ich jetzt ganz interessant und das könnt ihr uns vielleicht auch mal sagen, ob ihr gemerkt habt, vielleicht auch diejenigen, die uns nur hören, ob das unsere Dynamik vielleicht auch verändert hat. Früher haben wir uns tatsächlich nicht gesehen. Wir haben komplett getrennt voneinander aufgenommen. Wie jetzt zuletzt in den Podcast-Folgen von La Palma und Teneriffa, da war das ja auch so. Und da kann man ja auch mal, da allerdings hatten wir auch eine Zeitdifferenz. Wir hatten, glaube ich, eine kleine Latenz drin. Deswegen waren wir manchmal so ein bisschen Crossover, dass wir uns ins Wort gefallen haben. Aber da fand ich es aber auch sehr ungewohnt plötzlich wieder, dich nicht zu sehen und nur zu hören. Das ist ganz, ganz komisch. Und so ging es mir eigentlich am Anfang, als wir dann im Studio aufgenommen haben, dass ich dachte, oh, es ist komisch, dass wir uns jetzt plötzlich sehen. Ja, ich habe es auch gemerkt. Nur auf Audio konzentriert. An der eigenen Mimik und Gestik. Man hat ganz oft dann gesehen, jetzt hört man konzentriert zu, was der andere sagt und wie reagiert man da drauf. Das hatten wir natürlich vorher so nicht, dass man sich dabei auch noch gesehen hat, wie man dem anderen zuhört. Genau, ich finde es an sich cool. Es ist allerdings wirklich, also wir investieren, ich würde mal sagen, pro Woche anderthalb Arbeitstage ungefähr in diesen Podcast und in den YouTube-Kanal. Wir können es uns zum Glück aufteilen, sodass es nicht zu viel wird, aber ihr müsst euch vorstellen, wir brauchen normalerweise immer so, naja, einen halben, dreiviertel Tag, um zu filmen. Je nachdem, wie viel wir machen, wie aufwendig wir es machen. Und bis wir mal in die Pötte kommen. Genau. Nee, das ist tatsächlich einfach Licht und Kameras aufbauen, weil das Studio nutzen wir ja auch als normales Fotostudio. Deswegen ist meistens, wenn wir herkommen, alles wieder weggeräumt und wir das komplette Set aufbauen. Aber was ich sagen muss, ist, dass es dadurch, dass wir es uns teilen, eigentlich gar nicht so schlimm ist, gerade mit der Schneidarbeit. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der Marc ist immer derjenige, der die Podcast-Folgen schneidet und ich schneide immer die Education-Folgen. Und so hat jeder so seins und dann sind wir auch relativ zügig, weil jeder hat mittlerweile so seinen Workflow einfach. Templates angelegt auch. Genau, die Presets angelegt. Das geht alles mittlerweile. Aber ich brauche trotzdem drei, vier Stunden, auch wenn es nur eine Sechs-Minuten-Folge ist. Aber dadurch, dass im Gegensatz zum Podcast das Schneiden ein bisschen aufwendiger ist, weil man ja auch die Überschriften und sowas machen, einfügen muss, die Bilder raussuchen und einfügen. Obwohl, jetzt bei der La Palma-Folge war das auch übel, glaube ich. Das war viel Arbeit, aber generell macht der Podcast schon auch deswegen auch Arbeit, weil du halt nicht nur Audio einfach durchlaufen lassen kannst, sondern ich mache ja auch diesen ganzen Schnittwechsel. Ja, das war die Kamera, auf die ich gerichtet ist, auf mich und die Totale, sodass es halt immer Spaß macht, es anzuschauen. Wir schneiden aber relativ wenig. Wir schneiden ja nichts raus. Genau, also beim Podcast ist es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie wir es schaffen. Wahrscheinlich verhaspeln wir uns auch und ignorieren es einfach. Aber wir schneiden den im Grunde genommen nicht. Das ist wirklich, wir machen keinen zwei Takes oder so, sondern es ist wie live, einfach nur mitgeschnitten und gut ist. Finde ich aber auch in Ordnung, weil ich finde gerade der Podcast lebt ja davon, dass er eigentlich relativ, ja, raw ist, sage ich mal. Authentisch. Authentisch, genau. Ja, so macht es auch am meisten Spaß. Ja. Aufregend sind dann immer die Folgen, wenn wir Gäste dabei haben. Wir hatten dieses Jahr schon tolle Gäste in unserem Podcast. Genau, das hatten wir uns, das hattest du dir, glaube ich, gewünscht, dass wir mehr Gäste haben. Oh ja, ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Genau, und wir hatten im Podcast davor, hatten wir, glaube ich, nur die Fungi als Gast ein Jahr davor. Ja. Und dieses Jahr haben wir das verdreifacht. Wir hatten drei Gäste, wir hatten einmal die Gloria, wir hatten den, ne, vier. Wir hatten den Fabian, hatten wir auch noch Fabian Mabik, hatten wir noch. Der war aber, glaube ich, im Jahr davor schon. Dann hatten wir zwei im Jahr davor und dann hatten wir drei in diesem Jahr. Genau. Na immerhin, Steigerung. Genau, Gloria, Benni, Thomas. Genau, und dann eben Gloria, ja, genau. Und die Folgen könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Ich würde auch mal gerne von euch das Feedback haben, wie euch das gefällt, ob ihr uns lieber nur zu zweit hört oder ob ihr die Folgen mit den Gästen präferiert. Fände ich mal spannend. Wir werden natürlich immer darum bemüht sein, noch mehr Gäste zu holen, weil es ist auch gar nicht so leicht, immer neue Themen zu finden für den Podcast. Also wir haben unsere Liste ja gut abgearbeitet. Wir hatten ja ursprünglich mal so 50 Themen ungefähr, die wir uns am Anfang überlegt hatten. Die haben wir so gut wie alle mittlerweile behandelt. Ja. Doch. Also ein paar standen, glaube ich, drauf, die haben wir nie gemacht. Ja. Die haben irgendwie, da kommt nichts komplett zusammen. Manche haben halt dreimal gemacht, wie die TFP-Folge. Ja, stimmt, genau. Weil immer irgendwas schiefgegangen ist. Ja, aber wie war es bei dir außerhalb von The Photo Space? Weil das ist ja dein erstes Jahr, wo du komplett selbstständig warst. Richtig. War das dieses Jahr erst? Das war dieses Jahr, genau. Ist so krass. Ich sage ja, man nimmt es als so selbstverständlich hin, aber der Marc ist ja erst Mitte diesen Jahres komplett auf die Selbstständigkeit gewechselt. Da kannst du ja auch ein bisschen erzählen, wie das so für dich… Ah, krasser Change für mich dieses Jahr, genau. Also ich war noch angestellt, zwar noch nur in Teilzeit, aber ich war halt angestellt. Ich hatte ein festes Arbeitsverhältnis. Und da habe ich auch nie so gerne drüber gesprochen, weil ich immer so den Eindruck hatte, so, aha, es sieht so komisch aus, wenn man noch irgendwo angestellt ist. Und vor allem, wenn man nicht als Fotograf irgendwo angestellt ist, sondern halt was ganz anderes macht. Ich habe ja eine Personalabteilung. Genau. Ich war immer der, der den Leuten gesagt hat, wir schätzen dich sehr, aber leider trennen uns hier. Aber leider trennen wir uns hier. Nein, das habe ich nicht gemacht. Genau. Und ja, ich habe dann, habe ich halt irgendwann einfach gemerkt, es wird einfach zu viel. Ich schaffe das nicht mehr. Aber gleichzeitig ja die Fotografie, zum einen gibt es mir auch so viel, es macht so Spaß und ich liebe es einfach. Und das andere ist auch ein Job, den ich gerne gemacht habe. Wobei man ja natürlich dazu sagen muss, du bist ja auch so ein kleiner Streber. Also du machst ja auch sehr viel ringsherum, was viele Leute vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Gerade deine Kunden, ich glaube, die wissen es auch gar nicht zu schätzen, weil der Markt macht ja nicht nur einfach Fotos und schickt euch einen Link, sondern der hat ja dann, haben eine Page, die du machst, mit denen für die Hochzeitspaare, dass du dir noch Bilder ausdruckst und die Fotobox fertig machst. Das habe ich mir ja von dir letztendlich übernommen. Ich habe es auch schon gemacht, aber mittlerweile haben wir sogar die gleichen Boxen, die wir dann an die Paare rausgeben, weil es auch einfach Kosten ein bisschen reduziert an Lieferkosten. Ja, weil die Boxen auch einfach gut sind. Aber einfach, neulich habe ich dir in der Kollegin gezeigt, meine More, du fleckst hier ganz schön, ich meine, ja, aber jeder, der es hier in die Hand nimmt, das sind so, man müsste ja aus vorstellen, in Leinen eingeschlagene Boxen letztendlich, wo der USB-Stick halt wirklich auch dazu passt, zu dem äußeren Cover. Und da legen wir dann immer noch so ein paar schöne, unsere Highlight-Bilder sozusagen. Und die Namen des Hochzeitspaars sind vorne drauf graviert, mit dem Hochzeitsdatum. Genau. Das sieht einfach schön aus, das kann man sich einfach in den Schrank reinstellen. Also sowas mache ich dann richtig, ich habe jetzt gerade ein Wedding-Magazin gemacht, gestaltet, meinen ersten Probedruck habe ich gerade bekommen. Der natürlich nicht gepasst hat. Ne, der hat tatsächlich nicht gepasst, also zum einen möchte ich noch ein paar Sachen anpassen und dann habe ich mit der Druckerei ein bisschen ärgerweise nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Genau, das können wir übrigens mal in der nächsten Folge vielleicht sprechen, so als Fotografen, solche Zusatzsachen, sollte man sie machen und wie macht man sie? Was mich interessieren würde, wie viel Zeit hast du mal gemessen, wie viel Zeit du gebraucht hast? Ich habe leider dafür keine Zeiterfassung gemacht. Ich saß schon sehr lange dran, ein paar Nächte tatsächlich auch. Du bist eine klassische Eule. Absolut, ja. Frühaufsteher und Nachteule. Also ich schlafe halt einfach zu wenig. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, weil ich die Bilder aber auch sehr bewusst ausgewählt habe, wirklich mir die Texte auch überlegt habe, auch geschaut, was passt rein, was ist wichtig, was brauchen die Brautpaare und was brauche ich aber gar nicht, weil ich vielleicht auch gar nicht eingreifen möchte. Also ich habe da versucht, so eine Balance zu finden zwischen, ich gebe euch Tipps, damit eure Bilder die besten Bilder ever werden und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht in den Ablauf so eingreifen, weil es ist ja immer noch ihre Hochzeit, ihre eigene und ganz viel Gestaltungsrahmen. Hast du dich auch ein bisschen zurückgehalten, dass du gesagt hast, ich gebe nicht alles raus, weil ein bisschen was muss ja auch noch sozusagen mein Geschäftsgeheimnis sein oder wenn ihr mich bucht, soll ja auch noch ein bisschen Mehrwert sein, dass ihr nicht sagt, oh super, aber ich nehme den Fotografen, der wenige kostet. Hier ist deine Anleitung, Dankeschön. Also im ersten Schritt ist es natürlich meinen Hochzeitspaaren vorbehalten, die bekommen den erstmal. Ich bin noch gerade mal überlegen, ob ich den tatsächlich auch auf meine Homepage packe, dass man sich, dass auch Fremdkunden oder noch Nichtkunden sich dann auch vielleicht gegen ein kleines Entgelt vielleicht auch unterladen können. Da bin ich gerade noch am Überlegen. Ich habe jetzt gerade ein, weil ich schon dabei war, weil ich halt dieses Wedding-Magazin gemacht habe, habe ich jetzt ein Newborn-Shooting-Magazin entworfen. Das habe ich die letzten Nächte gemacht. Du sagst dem Magazin, wie umfangreich ist das? Wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Seiten hat das? Also das Hochzeitsmagazin, das Wedding-Magazin hat 52 Seiten. Oh, das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Genau, und das ist auch richtig schön hochwertig gedruckt. Womit hast du es gestaltet? Welches Programm hast du es? Das habe ich über Canva gemacht. Ah, okay. Da hast du wahrscheinlich auch irgendwie eine Vorlage schon ein bisschen gehabt. Genau. Weil ansonsten, wenn das richtig Layout ist, weil das würde ich mir gar nicht zumuten und zutrauen, da einem richtigen Layouter sozusagen zu erklären, wie man sowas macht. Wir können ja mal über sowas dann tatsächlich auch mal sprechen, dann zeige ich es auch. Ich habe es jetzt auch nicht dabei. Genau, auf jeden Fall habe ich das Layout jetzt verwendet und habe daraus ein Newborn-Shooting-Magazin gemacht, das wirklich nur für meine Kunden ist, damit die im Vorfeld, ich hatte schon so einen Shooting-Guide, den ich immer rausgegeben habe, aber das ist jetzt komplett zugeschnitten wirklich auf Paare, die halt ein Baby haben, wo viele Informationen auch einfach drinstehen, wie man das Baby zum Beispiel beruhigt fürs Shooting. Wir reden nicht über Klosterfrau Melissengeisen. Nein. Wobei, da hatte ich auch mal neulich eine Kundin, ich dachte, ich glaube, es hatte Husten, die hat die Hustenlaft gegeben, aber ich habe das Gefühl gehabt, die hat ihr ein bisschen zu viel gegeben, damit es ruhiger ist. Drei Löffel. Eißelöffel. Genau, also das habe ich jetzt gerade gemacht, auch viel Arbeit und das sind so Dinge, die ich halt einfach so drumrum natürlich mache, wie du schon sagst, genau. Aber das heißt, da können wir vielleicht auch gerade so mal die Überleitung schaffen, du möchtest demnächst im nächsten Jahr eben nicht nur Fotografie anbieten, sondern auch so ein bisschen vielleicht ringsherum Produkte, Dienstleistungen, die vielleicht auch außerhalb nicht mehr. Das haben wir ja jetzt schon mit dem Fotospace, dass wir eben Workshops anbieten, Coachings, aber wir wollen halt auch, also du hast für dich jetzt schon, aber wir wollen ja auch für den Fotospace nächstes Jahr Produkte raushauen. Reden wir gleich drüber. Genau, also auf der Schiene hast du jetzt das Baby-Ding, du hast das Hochzeits-Ding. Genau, das Newborn-Shooting-Magazin, das Wedding-Magazin habe ich jetzt erstmal, da gucke ich mal, was ich damit so mache. Das kriegen jetzt erstmal meine Paare zu Weihnachten zugeschickt, falls die Druckerei noch rechtzeitig in die Pötte kommt und ansonsten kriegen sie es halt hinterher, dann ist es ja so. Ich habe es auch schon Probe lesen lassen und habe sehr gute Reaktionen bekommen und ich glaube, dass es ganz gut ist. Ich schicke es dir auch mal, kannst es dir auch mal angucken. Ja, gerne. Und wenn du es nicht verreißt, dann geht es so in Druck. Alles gut. Nee, ich glaube, das sind schon wichtige Dinge, glaube ich, wenn wir ja als FotografInnen oder wir in unserem Bereich, sage ich jetzt mal, ja durchaus auch ein bisschen höherpreisig auch sind und eben nicht nur hingehen und mal ein bisschen knipsen und wieder weggehen, sondern dieses Ganze, diese Begleitung bei einer Hochzeit einfach mit dazugehört. Ja, ich glaube auch, dass du den Leuten damit auch nochmal bewusst machst, dass du eben ein Profi bist, der Erfahrung mit bietet und dass das eben auch was ist, was sie bezahlen. Weil ich verstehe schon, dass viele einfach nur Preise vergleichen und ich vergleiche es immer gerne mit Autos. Du verstehst ja auch am Anfang nicht, warum kostet denn jetzt ein Nobelklassewagen so viel mehr, wenn du dich einmal reingesetzt hast und das Leder angefasst hast oder einmal an den Knöpfen gespielt hast, merkst du es schon, da ist viel mehr Attention to Detail, die verwendeten Materialien sind. Ja, wie bei uns zum Beispiel auch, die Auslieferung, da könnten wir dir auch einfach nur einen USB-Stick schicken. Oder einen Download-Link. Genau. Dann hat es dir runter. Genau, so. Das habe ich ja auch am Anfang gemacht, aber da hatte man auch noch andere Preise. Es ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja auch Leute, die kein großes Budget haben. Ist halt einfach nur nicht unsere Zielgruppe. Ist ja auch ganz spannend. Weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Du hast jetzt auch deine Preise angepasst für nächstes Jahr. Das ist ja auch so ein bisschen was, was man vielleicht mal erzählen kann. Du hast ja auf jeden Fall erst mal gelernt, dass es funktioniert, komplett selbstständig zu sein. Du warst ja richtig viel unterwegs und bist auch gut ausgebucht gewesen. Und du hast jetzt so viel sozusagen zu tun, dass du gesagt hast, und jetzt ziehe ich meine Preise an. Oder woher kam das? Ja, das kam zum einen, dass ich gut gebucht bin. Zum anderen aber auch, ich habe diverse Workshops auch jetzt nochmal besucht. hatte ein paar, es ist kein Coaching gewesen, aber es waren so Live-Events zum Beispiel, wo andere Fotografen innen auch gesprochen haben. Und ich mir dann auch ihre Homepages angeschaut habe, die halt auch komplett von der Fotografie leben. Und ich halt auch einfach gemerkt habe, Entschuldigung, jetzt ist meine Stimme, versagt die Stimme weiter. Ja, wir können ja gleich eine Pause machen, kurz einen Schluck Wasser trinken. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Und dann musst du dich schon mal durchhalten. Dass ich da tatsächlich zu günstig bin und ich halt auch wirklich nochmal selber wirklich hinterfragt habe, was biete ich und was kriege ich dafür? Ja. Und ich bin schon nicht günstig gewesen, ja. Und auf der anderen Seite aber biete ich echt unheimlich viel. Also ich muss auch sagen, du bist ja eher an der oberen Fahnenstange von dem, was du machst, auch mit der Vor- und Nachbetreuung. Da passt es dann auch nicht mehr zusammen. Richtig. Und ich finde, das ist auch eine Art, sich zu positionieren, indem man sagt, nee, ich bin nicht der günstige Fotograf, ich bin jetzt halt ein bisschen teurer. Ihr kriegt immer noch sehr viel Leistung von mir, aber ihr müsstet halt auch bezahlen. Und du hast ja auch dein Modell ein Stück weit geändert. Ich habe mein Modell auch ein bisschen geändert. Genau, also ursprünglich haben wir ja immer gesagt, bei uns kriegt man das All-Inclusive-Paket. Und bei mir ist es auch immer noch so, also wir gehen auch ein bisschen in andere Wege und in unterschiedliche Richtungen, das ist ja auch legitim. Aber du bist ja jetzt auch darauf umgestiegen, nur noch eine bestimmte Bildanzahl rauszugeben. Richtig. Warum und was meinst du, was bringt das für Benefits? Naja, ich sage mal so, es sorgt halt dafür, dass mein Shooting besser bezahlt wird, als es vorher bezahlt wurde. Also nennen wir das Kind einfach beim Namen. Das ist einfach so. Weil du in der Nacharbeit im Grunde genommen dann weniger Zeit investierst. Also A habe ich ein bisschen weniger Nacharbeit. Ich glaube aber auch, dass es dafür sorgt, dass die Kunden die Bilder, die sie dann auswählen, auch mehr schätzen. Weil ich glaube, es macht so echt so einen Unterschied, wenn du als Kunde jetzt aus Kundensicht, du hast ein Shooting. Shooting ist toll, du bist happy und alles und du kriegst deine Bilder. Und in dem einen Shooting kriegt das Paar ein Komplettpaket. Da sind 150, 160, ich habe auch mal 180 Bilder ausgeliefert. Genau, also du machst anderthalb, zwei Stunden Shooting und dann kommst du. Ich habe vor einigen Jahren oder als ich angefangen habe, ganz ehrlich, ich glaube so mein erstes Newborn-Shooting, die haben damals 400 Bilder von mir bekommen. Ja gut, das ist ja auch ein bisschen. Völlig over the top. Habe ich da ja dann irgendwann reduziert. Aber ich habe zuletzt immer noch 160, 170 Bilder ausgeliefert, weil es einfach so viele schöne Momente waren. Genau. Und dann kriegst du als Paar, kriegst du dann so einen Download-Link und da sind halt 170 Bilder drin. Ja. Toll. Erstmal freust du dich drüber, super. Du kannst es, glaube ich, ja gar nicht erfassen, was du da alles so drin hast. Und dann, und dann, der Vergleich, dann hast du jetzt ein Shooting, das sind, hast du immer noch das gleiche tolle Shooting, ja, und du kriegst eine Galerie mit, keine Ahnung, 120, 130 Bildern drin. Ja. Und bist gezwungen, eine bestimmte Bildanzahl dir auszusuchen, auszuwählen und selber zu gucken, okay, was sind die schönsten Bilder davon. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch welche noch dazu zu kaufen und ich sage dann auch, okay, ab einer Bildmenge von nochmal zehn Bildern, dann schenke ich euch auch die restlichen Bilder. Ja. Wenn es dann vom Preis her, finde ich, ist es dann, dann ist es für mich gerechtfertigt zu sagen, jetzt kriegt ihr alles. Wie machst du? Das macht eine andere Wertigkeit für die Bilder. Wertigkeit, ja. Wie machst du den Auswahlprozess, rein technisch gesehen? Hast du einfach eine Online-Galerie, wo sie mit Herz oder so markieren, welche Bilder sie haben? Genau, genau so. Ja, genau. Die markieren die mit einem Herz. Ich sehe dann, welche sie markiert haben. Genau, kann man ja auch sagen, wir benutzen beide Portraitbox. Richtig, genau. Also im ersten Schritt sind die Bilder mit einem Logo versehen, mit einem Wasserzeichen von mir. Ja. Nicht, weil ich meinen Kunden nicht traue, aber. Wie ist da deine Erfahrung über das letzte Jahr mit Portraitbox? Also Portraitbox, für die, die es nicht wissen, ist einerseits ein Galerietour. Man kann also den Kunden einfach die Bilder als Galerie zur Verfügung stellen. Ist aber auch ein Tool, über das man Prints anbieten kann. Da sind praktisch direkt Fotostudios angebunden. Nicht Fotostudios, sondern Druckereien. Ja. Und wie ist denn deine Erfahrung im letzten Jahr? Wie viele Leute nehmen das eigentlich überhaupt an und wahr, Fotos zu printen? Unterschiedlich. Ich habe manche Hochzeiten, da sind ganz viele Bestellungen. Ich habe manche Hochzeiten, da sind null Bestellungen. Und ich glaube aber auch, das liegt so ein bisschen daran, dass manche Paare den Galerielink nicht weiterleiten an ihre Gäste. Ja, ich sehe das an den Zugriffszahlen. Ich habe Hochzeiten, wo ich wirklich fast die komplette Gesellschaft darauf zugegriffen haben muss, weil das sind dann, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Zugriffe. Und du siehst ja, ob die unique sind oder ob die gedoppelt sind. Aber ich habe bis jetzt leider noch nicht so positive Erfahrungen gemacht. Also sehr wenig Leute, die dann tatsächlich kaufen. Und ich habe die Preise jetzt wirklich nicht exorbitant hoch. Das ist wirklich so, als ob du ein bisschen höherwertige Drogerie gehst und die Bilder printen lässt, sodass ich noch kleine Marge an Gewinn. Ja, so habe ich es auch im Prinzip. Also ganz ehrlich, an den Drucken oder an den Prints verdiene ich nicht so viel, weil die ja im Einkauf schon so teuer sind. Genau, der ist ein Service, den ich einfach gerne anbieten möchte, damit es von vorne bis hinten ein schönes, rundes Paket ist. Gehört für mich einfach, wie wir ja schon gesagt haben, zu einem guten Fotografen dazu. Und was die Leute vielleicht aber auch nicht sehen, ist die Qualität der Prints. Deswegen ist es immer schön zu sehen, wenn sie die Bilder bekommen von uns, dann kaufen sie ab und zu nochmal oder bestellen dann in der Online-Galerie, weil sie plötzlich mal die Prints von der Galerie in der Hand halten und sehen, oh, ist ja doch was anderes, als wenn ich das jetzt nur irgendwie 10 mal 15 ausdrucke im DM oder wo auch immer. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Und manchmal hast du auch nur in Anführungszeichen, es war jetzt keine Hochzeit, sondern Paarshooting und bist bei denen oder zu Hause im Babyshooting. Und die bestellen plötzlich Poster oder bestellen große Drucke oder so. Also das passiert auch. Und dann hast du eine Hochzeit, wo 100 Leute irgendwie waren und keiner bestellt was. Ich habe immer tatsächlich, oft sind es eher die Paare, die dann bestellen. Also ich habe das bei den Familien ganz oft, dass die dann sich gerne Erinnerungsbilder auch für die Verwandten verschenken zum Beispiel. Ich glaube, deine eigenen Hochzeitsbilder verschenkst du eher seltener. Aber wenn du jetzt mit deinem Kind ein Bild machst, willst du vielleicht doch ein paar Fotos für die Oma oder für die Verwandten oder sowas, dass du das mal verschenken kannst. Ich hatte einige Fotobücher, die ich gestaltet habe dieses Jahr. Das hat ganz gut funktioniert. Das schrecke ich immer noch vor zurück, weil die Arbeit einfach so immens ist, die du reinsteckst. Ja, das ist schon viel Arbeit. Ja klar, das ist viel Arbeit und das ist ja nicht nur das Gestalten. Es ist ja auch dann die Korrekturumsetzung dann nochmal. Du schickst es dann den Leuten. Natürlich haben sie dann Änderungswünsche, was auch völlig fein ist. Es gibt zwei Prozesse, die ich anbiete. Ich sage entweder, ich suche euch die Bilder raus. Ich meine, ich kenne eure Bilder nur auswendig. Ich habe die tausendmal bearbeitet und durchgeschaut schon. Oder ihr sagt mir, welche Bilder ihr auf jeden Fall gerne drin hättet. Also beides fein. Und bisher war es immer so, dass die Leute gesagt haben, wähl du aus. Und dann wähle ich das natürlich aus. Und dann sehen sie es. Und dann ist es oft so, dass sie dann denken, ah okay. Weil dann haben sie einen Fahrplan. Dann sehen sie, ah so kann es aussehen. Und dann kommen Änderungswünsche. Da hätten wir doch gerne das andere Bild. Da hätten wir jenes Bild. Und dann habe ich manchmal, ist das halt echt ein Prozess dann auch. Ja, dann machst du echt so eine Woche mit so einem Fotobuch dann halt auch rum. Was aber auch okay ist, weil es wird ja auch bezahlt. Das habe ich jetzt gemerkt. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen am Videografie-Geschäft stört, ist die Nacharbeit ist unglaublich aufwendig. Also ich habe es jetzt nicht genau gemessen. Aber ich würde mal denken, 40 Arbeitsstunden fließen in so ein normales Hochzeitsvideo. Und ich liefe ja nicht nur eins aus, sondern die kriegen ja verschiedene Versionen. Highlight-Filme dann nochmal. Highlight-Filme und da werde ich auch nächstes Jahr definitiv erstens den Preis wahrscheinlich anpassen müssen, weil es einfach, ich verlange schon nicht wenig, aber ich verlange auch nicht viel mehr als eine normale Hochzeit, wenn ich als Fotograf da bin. Und das ist einfach kein Verhältnis. Eine Hochzeit, da bin ich innerhalb von ein, zwei Tagen danach auch ready mit den Bildern, wenn ich will. Aber das ist auch so ein Lernprozess einfach. Natürlich, muss man als Erfahrung. Und ich muss auch sagen, die Qualität, die ich gerne anbieten möchte, kann ich alleine eigentlich kaum noch stemmen. Und teilweise, die Leute wissen es, verstehen es auch nicht, ich sage es zwar im Vorfeld, aber du kennst es ja, du kannst es dreimal sagen, trotzdem verstehen es die Leute manchmal nicht, dass ich kaum Ton so leisten kann, wie ich es gerne möchte. Ich hatte jetzt ein paar, die wollten gerne die Trausprüche, also die hatten sich selber sozusagen das Eheversprechen geschrieben. Und natürlich, ich hatte einen von beiden Mikrofonen ausgestattet, aber du musst ja, ich habe dem Pfarrer ein Mikrofon gegeben, ich habe ihm ein Mikrofon gegeben, ihr kann ich jetzt nicht auch noch irgendwo ein Mikrofon anstecken, so viele Kanäle habe ich auch gar nicht. Irgendwo hört es dann als Einzelner auch auf, eigentlich bräuchtest du einen, der komplett nur das Audio übernimmt, dass du das auch raus hast, der Mikrofone umsteckt, stumm schaltet und so weiter. Aber wenn ich das leisten will, dann muss ich eben zweite Person mit am Set haben und dann doppeln sich die Preise bei mir. Und da schrecke ich noch so ein bisschen vor zurück, weil jetzt schon die Leute immer sehr schlucken, wenn sie hören, was ein Videograf für eine Hochzeit kostet. Ich habe auch Leute, die nochmal am Preis was machen wollen oder nochmal eine Stunde weniger und das ist normal. Lass uns ein kurzes Päuschen machen, Kaffeetasse auffüllen und vielleicht doch mit Sekt. Dann doch mit Sekt. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So ihr Lieben, der Marc nötigt mich zum Alkoholkonsum. Wir haben jetzt also für die, die zuhören, trotzdem wieder ein Glas Sekt ausgepackt und damit wir den Ton besser schneiden können, müssen wir einmal. Das hört man glaube ich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das hört. Alles klar. Egal, wir haben gerade angestoßen, weil es ist ja bald Silvester, ne? Auch ein erfolgreiches Jahr. Es war eigentlich wirklich. Absolut. Wir können gleich nochmal drüber sprechen, was bei uns so jeweils war. Wir haben kurz noch über die Bildausgabe und die Preise und das ist gesprochen. Was ich da festgestellt habe, ist, dass, ich weiß nicht, ob mein Anspruch zu hoch ist oder wie es andere Videografen machen. Leider kann man es nur bejahen, dass dein Anspruch zu hoch ist. Ja, Marc kennt mich halt. Ich bin ja wirklich perfektionistisch, was das Schneiden anbelangt mit dem Beat und so weiter und so fort. Das Problem ist, man kann beim Videografen ganz schlecht vergleichen, weil das so viele individuelle Leistungen sind, dass keiner Preise irgendwo hat. Ich weiß also nicht genau, was andere Videografen nehmen und bin ich da schon am oberen, am unteren Limit. Ich werde es ausprobieren nächstes Jahr und außerdem bräuchte man dann eigentlich jemanden, den man dann dazu buchen könnte. Also eigentlich bräuchte ich einen verlässlichen Assi, den habe ich momentan nicht. Eigentlich müsste man auch überlegen, wie man das macht und dann müsste man halt mit dem kommunizieren, wie macht man es mit der Bezahlung, was ist gerechtfertigt. Also ich kann halt nicht das Gleiche für mich und für ihn verlangen. Er macht ja letztendlich auch nicht die gleiche Arbeit. Ich mache ja den kompletten Edit am Ende oder man kauft sich einen Editor, aber das will ich eigentlich nicht aus der Hand geben, weil das ist sozusagen einer der Hauptaspekte dessen, was mein Video ausmacht. Von daher, ja, da bin ich so ein bisschen am überlegen, wie ich das strukturiere. Ich würde tatsächlich eher lieber in den B2B-Wereich weitergehen, weil da erstens Hochzeit ist als Videograf echt anstrengend, weil du hast keinen zweiten Take. Ich meine mal, das ist als Fotograf schon anstrengend, aber da kannst du ja ein paar mehr Bilder machen und selektierst dir halt das Schönste. Wenn du aber die komplette Sequenz filmen musst, hast du ja keine Möglichkeit. Es geht irgendwas schief. Du hast irgendwas falsch eingestellt. Oder der Autofokus funktioniert nicht. Ich kann manches im Schnitt retten. Das musste ich bei manchen Videos auch, weil klar, wenn du alleine filmst und ich mache, also das werde ich nächstes Jahr vielleicht machen, dass ich wirklich eine feste Kamera einfach irgendwo nochmal hinstelle und die einfach laufen lasse, egal, dann hat man wenigstens einen zweiten Winkel. Momentan arbeite ich mit einer Kamera und dann hast du ja meistens auf der Hand, gehst irgendwo rum, dann springt dir jemand ins Bild rein, gerade in einem wichtigen Moment und dann musst du halt immer das so rausschneiden, dass du dann vielleicht einfach die Reaktion vom Publikum auf diese Situation, manchmal fake ich das auch, nehm einfach eine Reaktion von einem anderen. Das merkt kein Mensch. Das ist Video. Das ist Video, es merkt kein Mensch, das ist immer der Trick des Edits und mir ist nur wichtig, dass die Leute das auch einfach nur emotional schön finden, ob es jetzt wirklich gerade auf diesem Moment die Reaktion war. Das muss ich ganz chronologisch dann auch sagen. Ja, manchmal mixe ich das auch, gerade beim Highlight-Film, dass man vielleicht auch irgendwie ein Highlight am Anfang setzt und dann die Geschichte erst starten lässt. Aber das heißt, du willst auf jeden Fall mehr B2B machen? Ja. Ja, also B2B ist einfach deswegen, um da jetzt den roten Faden zu spinnen, du kannst eben wirklich alles gescheit planen und filmen und auch nochmal filmen und das ist, glaube ich, auch eher dem gerecht, was ich als Qualitätsanspruch habe. und es macht mir auch einfach ein bisschen mehr Spaß, weil wir hatten das in der Folge mit dem Thomas, dass, wenn man sehr viele Hochzeiten gesehen hat, vergeht so ein bisschen dieser Aha-Effekt, dieser Wow-Effekt, dieser Zauber. Für dich ist es dann halt das x-te Mal, dass du das Spiel siehst, dieses irgendwie kreative Element, während im B2B-Bereich man ja auch Gestaltungsspielraum hat. Du kannst ja selber bestimmen, was du haben möchtest, wie du es haben möchtest. Klar, immer in dem Rahmen des Kunden, aber das ist was, was mir sehr viel Spaß macht und wo ich auch eher hin möchte. Zumal ich glaube, dass das auch ein Feld ist, wo viel Bedarf besteht und die wenigsten Leute die Qualität haben, da auch reinzugehen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv. Das ist dann wieder eine Idee, wie positioniert man sich, wie kommt man da noch mehr rein. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man sich immer hinterfragt und immer schaut, mache ich genug, bin ich zu teuer, bin ich zu günstig, muss ich noch was anderes machen. Aber ich glaube, es gibt einfach viele, also es gibt tatsächlich viele, die sind so ein bisschen stehen geblieben, die machen halt ihr Ding, weil sie es halt immer so machen. Ich glaube aber, dass du eigentlich nur wirklich erfolgreich sein kannst, wenn du dich immer hinterfragst und wenn du immer versuchst, was Neues nochmal ein bisschen auszuprobieren und da nochmal eine Stippe draufzulegen. Man darf aber nicht vergessen, wir stehen ja auch eher noch am Anfang unseres Businesses. Auch wenn wir selber nicht die Jüngsten sind, aber wir haben ja erst seit ein, zwei, drei Jahren unser Business. Und ich glaube, da ist es auch gut und wichtig, dass man experimentiert in eine andere Richtung geht und sieht, okay, wo ist eigentlich mein Schwerpunkt und wo kann ich wirklich erfolgreich sein und was kann ich auch langfristig einfach machen, ohne dass es, dass die Freude daran verloren geht, weil das finde ich wirklich schade, dass, wie es jetzt bei den Passbildern im Studio ist, so macht man auch. Ich finde es halt auch, okay, ich meine, wir hatten jetzt Krisenzeiten, da muss man eben auch Dinge einfach tun, worauf man keine Lust hat, weißt du. Oft wird ja gesagt, ja, such dir einfach das, wofür du die Leidenschaft hast. Nee, manchmal muss man doch einfach Dreck flessen, manchmal muss man da halt durch. Naja, also übertrieben gesagt, es ist ja schon ein guter Job und es macht Spaß, aber Fakt ist, es ist jetzt nicht das, wovon man träumt, wenn man sagt, man möchte was. Aber es gibt halt eine gewisse Sicherheit halt einfach. Genau, und das ist, das ist was, wo ich sage, vielleicht sollte man da ab und zu auch realist sein und sagen, das macht man jetzt einfach, ist halt der Job, damit ich das andere dann auch machen kann. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man immer wieder mal sich, wir hatten es gerade schon davon, dass man sich hinterfragt und vielleicht auch Prozesse komplett ändert. Ich meine, ich war ja jemand, der immer gesagt hat, ich setze keine Preise auf die Homepage. Ja, war ich ein sehr großer Verfechter davon. Für meine Familien und Neugeborenen-Shootings habe ich inzwischen jetzt meine Preise auf der Homepage. Weil ich auch einfach den Teil oder einfach mal so mal ausprobieren möchte, weil ich zum Beispiel gewisse Leute dann damit auch schon abschrecken möchte, nämlich die, wir möchten günstig und schnell. Das ist aber auch so ein Stück weit was, wo wir sagen, oder wo ich sagen muss, da haben wir uns ja gegenseitig auch inspiriert und weiterentwickelt. Also als wir jetzt die Business Homepage entwickelt hatten am Anfang des Jahres für hier unser Studio, das war ja auch viel inspiriert von meinen Erfahrungen eben aus der Studiofotografie, wo wir gesagt haben, nee, da macht es sogar Sinn zu sagen, wir nehmen Preise erst und das macht auch das Leben einfacher. Dich fragen nicht die ganze Zeit die Leute, was kostet, musst nichts rausstecken, sondern die Leute buchen dann einfach das Paket, was sie brauchen oder du kannst ihnen einfach, das fand ich auch sehr angenehm, schickst ihnen einfach den Link zu deiner Preistabelle und sagst, pass auf, ich habe verschiedene Pakete, wies es dir doch einfach mal in Ruhe durch und sag mir, was dabei ist. Also habe ich das früher auch gemacht, weil dann hast du ja schon mal den Kontakt zu den Leuten, ja. Aber mir ist es dann schon auch passiert, dass dann, also ich bleibe jetzt mal beim Familienbereich, weil ich finde, Business Fotos ist nochmal was ganz anderes, da geht es wirklich um reinen Preis und Pakete. Aber mir ist es dann schon auch passiert, dass ich dann halt den Link zu den Preisen dann geschickt habe und dann kam mir entweder gar nichts zurück oder es kam zurück, ah, ist uns doch ein bisschen zu teuer. Es gab auch ganz viele, die gesagt haben, super, machen wir, ja. Aber ich möchte das tatsächlich jetzt einfach vermeiden. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, du hast halt dann schon mal den Kontakt zu den Leuten, ne. Das hast du halt nicht, wenn du die Preise auf der Homepage hast, dann können sie es sich angucken, können vergleichen. Und die, die nicht wollen, die sind dann halt auch, die kommen gar nicht erst. Das heißt, da hast du keine Chance dann. Aber mal ausprobieren, mal gucken. Du, ich finde es auch spannend, das ist ja das Schöne und das ist ja auch eine der Sachen, die uns so viel Spaß macht an der Selbstständigkeit, dass man eben spielen kann. Und wenn du kein Interesse am Business hättest, wärst du auch kein guter Fotograf. Richtig, ja. Das macht dir auch Spaß. Dann kannst du auch rein im Fotospiegel arbeiten. Genau, und ich finde es so schön, viele sagen, ja, aber das ist doch deine Leidenschaft und da muss man jetzt nicht das große Geld verdienen. Doch, ich möchte viel Geld verdienen, weil es gibt, ich glaube, Chase Jarvis, ein bekannter Fotograf, hat gesagt, ich mache keine Kunst, um Geld zu machen, sondern ich mache Geld, damit ich meine Kunst machen kann. Weil diese Freiheit zu haben, auch nicht jeden Auftrag anzunehmen kannst du nur, wenn du genug Geld verdienst, dass du ein bisschen Puffer aufbauen kannst, dass du sagen kannst, ich mache mich da ein bisschen unabhängig von. Und was ich auch sagen muss, wenn wir schon mal über das Geld sprechen, ich habe durch die Arbeit im Studio jetzt auch festgestellt, weil ich selber eh nicht die Preise strukturieren konnte und die sind ja da relativ forsch dabei, auch hochpreisig zu sein, wenn du viele Bilder mitnimmst, habe ich einfach gelernt, wie viele Leute eigentlich bereit sind, auch für Bilder zu bezahlen. Also da verlange ich ja regelmäßig mehrere hundert Euro und teilweise zucken die nicht mal. Also ich hatte neulich… Aber das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, wenn die Leute ihre Fotos auswählen müssen, dann erkennen sie den Wert dieser Fotos anders an, als wenn sie 150 Bilder einfach so hingeschmissen kriegen. Das ist das eine, aber auch… Und sind dann auch bereit, das dann auch zu zahlen. Genau, aber wenn du noch nie diese Preise aufgerufen hast und bei uns kosten die wirklich mehrere hundert Euro, wenn du jetzt dieses All-Inclusive-Paket nimmst und da hast du wirklich Kunden, da sage ich so, wir sind jetzt noch bei der Bildanzahl X, die geht jetzt über das höchste Paket hinaus, das ist unser All-Inclusive-Paket, kostet den Preis. Und die sagen, ja passt. Und du denkst dir so, okay, also scheinbar gibt es Menschen auf dieser Welt, denen es völlig egal ist, dass die da jetzt gerade so viel Geld auf den Tisch legen. Und es ist ja gut, einfach diese Erfahrung zu machen und dann hat man auch nochmal dieses Selbstbewusstsein und den Mut einfach zu sagen, okay, dann kann ich das in meinem Business ja auch verlangen, wenn es da geht. Natürlich gibt es auch Leute, die haben den Geldbeutel dann einfach nicht. Ja, ist auch so. Aber ich meine ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die können sich dann halt auch keinen Porsche kaufen oder die können sich vielleicht auch noch nicht mal einen VW kaufen. Das ist dann halt so. Dann ist halt dieses Angebot nicht für sie gedacht. Aber dafür gibt es andere Fotografen, wo sie hingehen können. Aber es gibt immer jemanden, der günstiger ist. Das ist so. Das ist so. Also es wird immer jemanden geben. Nur ich sehe halt einfach, wie viel Leidenschaft wir da reinstecken und ich möchte deswegen nicht. Herzblut, Liebe, Zeit. Also ich kann diese Leistung nicht verschenken und ich möchte es auch gar nicht, weil ich möchte, dass die auch, das ist das zum Beispiel, was mir wichtig ist, viele Leute, gerade weil es so viele Dumpingangebote gibt, schätzen so ein Foto nicht mehr. Das hatten wir ja in einer Folge auch, was ist ein Foto wert? Und ich möchte einfach, dass die Leute, die zu mir kommen, auch über den Preis schon denen klar ist, dass es hier was Hochwertiges, was sie bekommen. Und dann treffe ich auch nur auf Menschen, denen das auch das wert ist und die dann auch die Zeit investieren und denen auch klar ist, dass da ein bisschen Arbeit dahinter steckt. Ich muss auch echt sagen, also wenn ich jetzt so zurückdenke dieses Jahr oder auch nicht nur dieses Jahr, ich hatte richtig tolle Kunden und es hat einfach so Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten und das habe ich jetzt gerade gemerkt, als ich mein Wedding-Magazin zusammengestellt habe und auch mein Newborn-Shooting-Magazin, weil ich ja da auf Bildersuche gegangen bin und geschaut habe, wo hatte ich tolle Shootings und alles. Du gehst so deine Bilder durch der letzten ein, zwei Jahre und denkst dir, oh mein Gott, was hatte ich für tolle Jobs, also was habe ich für tolle Leute kennengelernt, das habe ich auch, ganz ehrlich, was habe ich auch für schöne Bilder gemacht. Also ich war selber so ein bisschen, ich bin das so durchgegangen, das war schon so ein kleiner Rückblick, den ich eigentlich gemacht habe und dann wird dir letztlich bewusst, okay, es war gar nicht so schlecht, das Jahr war auch, also finanziell war es auch gut, aber es war auch einfach, du hattest schöne Shootings, du hattest viele Shootings und tolle Shootings auch. Also ich habe mir jetzt überlegt, Anfang des Jahres, wo ich da auf die Lofoten gefahren bin und sowas, was man halt einfach, oder auch selbst im Fotostudio, was ich an spannenden Menschen kennengelernt habe, erst neulich wieder hatte ich einen Business-Auftrag, da habe ich den CEO von der Firma fotografiert, der die Tarife für die BW macht, für die Bahn und dann habe ich mich mit dem unterhalten und dann kriegst du da Einblicke in solche Sachen, das sind ja auch so Dinge, die machen an dem Job Spaß, die eigentlich mit der Fotografie gar nichts zu tun haben, aber solche Leute kennenzulernen, auch Leute, die wirklich erfolgreich sind und die normalerweise für den Otto-Normalverbraucher gar nicht erreichbar sind und sprichst mit denen, das sind ja auch nur normale Leute, die haben halt nur Berufe, die ein bisschen mehr Verantwortung haben, aber mich interessiert dann sowas immer total und ich rede dann viel mit denen, weil ich es einfach total spannend finde, mal mit so einer Person sich austauschen zu können, auch mal deren Mindset so ein bisschen mitzukriegen, das finde ich schon ziemlich cool und das kriegst du als Fotograf halt eher hin, dass du da mal irgendwo hinkommst. Ja, ich hatte eine Veranstaltung für Energieversorger, die haben mich schon das dritte Mal jetzt engagiert und dann durfte ich wieder eine Veranstaltung begleiten und das ist halt wirklich spannend, wenn dann diese ganzen führenden Personen der Energieversorger in ganz Baden-Württemberg zusammenkommen zu so einer Tagung und dann halt darüber diskutiert wird, wem schaltet man das Gas ab zum Beispiel und wie die die derzeitige Situation auch gerade einschätzen und das war ein sehr spannender Einblick und du bist als Fotograf oder Fotografin eine Fliege an der Wand, dich nimmt ja keiner wahr bei so einer Veranstaltung tatsächlich. Du kannst ja zuhören. Ich meine, man gibt diese Inhalte auch nicht weiter, aber trotzdem für dich ist es halt spannend, das mal zu erfahren und da reinzukommen. Deswegen bin ich auch mal leidisch auf die Fotografen, die zum Beispiel so über die Amtszeit von Angela Merkel zum Beispiel, die hat eine Fotografin gehabt, die sie immer wieder fotografiert hat, weil ich habe jetzt neulich eine Dokumentation gesehen, sehr gut, kann man empfehlen über Angela Merkels Amtszeit. Und das ist schon schön, auch wenn so jemand zum Beispiel über 16 Jahre begleitet und dann immer wieder mit ihm Bilder macht oder ihr Bilder macht, finde ich total toll. So eine Projekte, die dann so rückblickend auch wirklich eine historische Bedeutung ja teilweise haben. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, ich freue mich ja schon, wenn ich meine Paare über einen längeren Zeitraum begleiten darf. Ich hatte zum Beispiel ein paar, haben wir Erstverlobungs-Shooting gemacht, dann haben wir das Hochzeits-Shooting gemacht, also die Hochzeit begleitet. Ein Jahr später zum Hochzeitstag haben wir dann nochmal geshootet. Also wir wollten an dem Tag shooten am Hochzeitstag, aber es hat wegen Wetter nicht geklappt, also war es einen Tag später. Da haben wir dann Baby-Bauch-Shooting gemacht und inzwischen ist das Baby da und ich habe jetzt auch das Newborn-Shooting schon gemacht. Das heißt, ich habe, glaube ich, vier Shootings mit denen jetzt durch. Mal gucken, ob da wieder was kommt. Ja, das habe ich auch gerade so. Aber das ist einfach auch echt schön, wenn du so über einen längeren Zeitraum. Ich fotografiere auch oft gute Freunde von mir und wenn du dann siehst über die Jahre, ich habe Fotos von denen gemacht auf ihrer Hochzeit, ich habe Fotos gemacht, als sie schwanger war, weißt du. So und du erlebst, du bist so ein Teil der Familie dann fast schon, weil du immer wieder in den besonderen Momenten bei denen bist, mit denen zusammen bist. Also jetzt nicht nur, wenn es die Freunde sind, vielleicht dann auch Kunden. Und das ist schon schön, weil du eben dann nicht mehr nur der Dienstleister bist, sondern auch ein Stück weit irgendwo, ich würde nicht sagen Freund, aber eben eine Vertrauensperson für die Leute. Ja, du begleitest die durch die wichtigsten Phasen. Und ich finde es auch schön im Gegensatz zu vielen anderen Berufen heutzutage. Früher war das ja mehr so. Früher kannte man seine Fleischfachverkäuferin, man kannte seinen Bäcker. Das war alles viel persönlicher und das ist das Schöne in der Fotografie, ist das noch so ein bisschen erhalten geblieben, dass du eine persönliche Bindung mit den Leuten hast. Das finde ich sehr angenehm und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in diesem Jahr. Also alle Paare, die ich privat fotografiert habe, das war auch immer, die waren zufrieden. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Und deswegen, das fand ich sehr toll, das ist auch im Gegensatz zum Fotostudio, egal wie du dich anstrengst, da kommen so viele Leute jeden Tag rein und da passiert es auch mal, dass du einfach Kunden hast, wo es einfach nicht klappen will und du hast ja auch keine Wahl, du kannst es ja auch nicht austauschen. Und ich merke mal, wie frustrierend das ist, also wie viel Energie dir das auch raubt. Du gibst eigentlich immer dein Bestes und mancher will es einfach nicht klappen und das ist schon blöd. Aber ich glaube, das ist einfach ein Unterschied, weil wenn du in einem Fotostudio angestellt bist, natürlich bist du der Fotograf und du bist eine Persönlichkeit und du bringst in dieses Shooting alles von dir rein, ganz klar, ohne Frage. Aber die Leute kommen ja zu diesem Fotostudio, die kommen nicht zu dir, die kommen zum Fotostudio. Bist du ein selbstständiger Fotograf oder Fotografin, kommen die Leute zu dir, weil sie deine Persönlichkeit gut finden. Bei uns im Studio so ist, dass die Leute wiederkommen und dann auch oft fragen, ob sie zu den Fotografen gehen können, obwohl wir es eigentlich nicht anbieten, versuchen es möglich zu machen. Und was mich wirklich nervt ist, man merkt ja, wenn es nicht läuft. Und normalerweise wäre das bei mir so, wäre es mein Studio, würde ich sagen, so wir machen jetzt hier mal einen Break. Ich merke, es läuft nicht, passt mal auf. Wir brechen die Säule ab. Geht nicht nach Hause, sondern entweder setzt man sich erstmal mit den Leuten hin, weil man Zeit hat und sagt, was ist denn jetzt gerade das Problem, was können wir machen. Dort bist du immer nicht nur dessen ausgeliefert, dass die Kunden, du musst die halt bedienen, sondern du musst auch alles andere akzeptieren. Wie sind die Buchungssysteme, wie sind die Preissysteme, du hast ja kein Mitentscheidungsrecht. Du musst alles mittragen, ob du es jetzt gut findest oder nicht gut findest. Und das macht ja auch was mit dir. Und wenn du dann gefrustet bist, weil zum Beispiel das Buchungssystem alles überbucht hat, weil irgendwas nicht geklappt hat und du musst es dann wieder irgendwie richten. Und natürlich bist du dann nicht so entspannt, als wäre es dein Shooting und du hättest alles geplant. Wenn dann ein Fehler passiert, kann ja auch mal passieren, dann weißt du aber wenigstens, woran es lag. Du bist da verantwortlich und bist auch nicht sauer, sondern guckst einfach nur, dass du es hinkriegst. Und das ist echt schwierig und es kostet auch viel Energie, da trotzdem immer noch so das Happy Face aufzusetzen, reinzugehen und volle Power zu geben. Und im Gegenzug ist es natürlich dann wiederum so, du bist halt nicht verantwortlich. Also du hast halt nicht die Last, sag ich mal. Du ärgerst dich dann vielleicht über Dinge, die du halt nicht beeinflussen kannst und auf der anderen Seite hast du aber auch nicht die Last, Entscheidungen treffen zu müssen, die businessrelevant dann auch irgendwie sind. Nicht nur das, ich finde auch, dass ich mir auch, also ich mache mir trotzdem Gedanken, gute Bilder zu machen, aber ich habe nicht so diesen Respekt davor hoffentlich gefallen, denn die Bilder, weil am Ende vom Tag mache ich die Bilder nach dem Stil, wie er mir vorgegeben wird. Ich kann es nicht verändern, weil das ist der Stil des Fotostudios. Wenn es euch nicht gefällt, hey, ihr seid hierher gekommen, ihr wusstet, was ihr kauft. So, wohingegen, wenn ich Bilder für mich mache, ist es ja noch viel relevanter, dass sie gut werden, weil die Leute müssen oder sollten am besten ja weiterempfehlen und dadurch könnte ich ja dann sozusagen mein Business auch steigern. Das heißt, da muss ich noch viel mehr performen, als wenn ich da mal einen schlechten Tag im Fotostudio habe und selbst am schlechten Tag mache ich keine schlechten Bilder. Die sind halt nur nicht ganz so toll wie vielleicht an einem Tag, wo ich richtig gute Laune habe und auch die Chemie einfach stimmt. Hast du denn Vorsätze für nächstes Jahr gemacht? Ja. Außer mehr Sport zu machen. Sagt der Richtige. Ich wollte ja gerade sagen, was wir ja alle vorhaben und mir auf meinen Bauch schaut dabei, Entschuldigung. Naja, komm, wenn du sowas raushaust, dann musst du mit der Tourkutsche leben. Also grundsätzlich ist es so, dass du ja schuld bist, dass mein anderer YouTube-Kanal keine neuen Videos hat. Nein, aber es ist wirklich so, wir haben ja beide so viel Zeit und Energie investiert in diesen Podcast und in diese Videos. Wir haben ja gesagt, es müssen 52 Videos sein, die wir dieses Jahr, oder zumindest 52 Inhalte, die wir dieses Jahr produziert haben. Das ist etwas, was ich in den Jahren schon machen wollte. Jede Woche einmal was raushauen. Und das haben wir geschafft. Also das haben wir erstmal, das finde ich cool. Check. Und nächstes Jahr möchte ich das Gleiche dann auch noch zusätzlich für meinen Kanal machen. Weil wir, was ich gut finde bei uns, wir geben uns zwar immer Mühe, aber wir sind auch damit zufrieden, wenn wir einfach mal ein kurzes Video machen, Hauptsache wir haben es fertig. Und ich glaube, dass uns der Fotospace geholfen hat, so ein bisschen dieses Perfektionismus abzulegen, den wir vielleicht bei unseren eigenen Videos auf unseren eigenen Kanälen oft gehabt haben. Wenn man es für sich macht, gibt man ja, weißt du, dann gehst du nochmal raus, dann machst du noch B-Roll und, weißt du, ja, guck, guck. Und hier haben wir gedacht, nee, uns ist wichtiger, dass jede Woche was rauskommt. Lassen wir halt die B-Roll weg oder so, setzen uns einfach nur hin und machen ein kurzes Erklärvideo. Aber wir machen was. Und dieses, wir machen einfach was, das will ich dann halt auch übernehmen. Ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Genau. Und so, und ich hatte, ich glaube, auf meinem Kanal das Jahr davor hatte ich zwölf oder zwanzig Videos oder sowas geschafft. Also da war es eins pro Monat und nicht eins pro Woche. Und ich glaube, das versuche ich jetzt auch auf meinen Kanal zu übernehmen. Ich muss übrigens, ich habe eine E-Mail von YouTube gekriegt, dass ich unter 4000 Stunden bin und die mich demonetarisieren, wenn es weiter so geht. Wusste ich auch nicht, dass sie es zurücknehmen. Wow, okay. Ich bin bei 4999. Ich habe geguckt. Also ich dachte tatsächlich, wenn man es einmal geschafft hat, dann ist man halt monetar. Habe ich auch gedacht. Oh krass. Nein, du musst nachlegen. Aber du hast 30 Tage Zeit, um die Zahl wieder hochzubringen. Also auch nicht viel. Nee, das heißt, ich muss jetzt zum Ende des Jahres schon das erste Video für das kommende Jahr machen, weil viel Zeit habe ich nicht mehr. Leute, jetzt geht ihr bitte alle auf Felix' YouTube-Kanal, Felix Baum. Und so heißt er doch, glaube ich. Einfach Felix Baum. Genau. Und schaut euch bitte alle Videos an, die da drauf sind. Genau. Das war jetzt Fishing vor Watchtime. Nee, aber ich kann auch wirklich sagen, da sind tolle Videos dabei. Sage ich nicht nur, weil er hier sitzt und ich Angst vor ihm habe, sondern weil es auch wirklich tolle Videos sind. Und ihr könnt da sehr, sehr viel lernen. Er hat eine tolle Lightroom-Tutorial-Reihe gemacht. In jedem Ding ist irgendwas drin, was ihr definitiv noch nicht wusstet. Auch ich habe was draus gelernt. Selbst der Markt. Selbst der alte Markt. Nein, und da ist der Plan, da hat es ja gerade die Lightroom-Reihe angesprochen, dass wir, wir müssen glaube ich kurz eine Pause machen, weil ich glaube der Akku von dem einen Aufnahmegerät, aber machen wir kurz noch den Satz zu Ende. Okay. Ich hatte die Lightroom-Serie und was ich noch machen wollte ist, weil ich ja mit Final Cut vier arbeite, um die Videos zu erstellen, da soll nächstes Jahr sozusagen das Pendant für Final Cut rauskommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache, denn ich habe gemerkt, diese Lightroom-Serie kam sehr gut an, haben auch viele geguckt, aber es hat kaum dazu geführt, dass die Leute mich dann zum Beispiel auch für ein Coaching gebucht haben. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich den Content etwas reduziere und dann sage, okay passt auf und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann entweder erstelle ich daraus ein digitales Produkt, das ist sowieso ein Plan, den ich für nächstes Jahr habe, oder ihr könnt mich dann als Coach buchen, weil die Conversion ist mir schon wichtig. Das ist halt nochmal ein Zweig, den man bedienen kann, jetzt nicht nur hier der Fotospace als Workshop, sondern auch meine Seite, dass darüber eben Leute uns buchen oder mich buchen. Das ist doch schon mal ein Ausblick für nächstes Jahr. Ich würde sagen, wir machen eine ganz schnelle Pause, gucken mal nach unserer Kamera, dass die wieder aufgefüllt wird hier. Und dann machen wir einen schnellen Ausblick aufs neue Jahr. Alles klar, bis gleich. So Leute, Akku ist gewechselt. Hier sind so Duracell-Häschen, hinten ist so eine Batterie drin, die muss man dann mal einmal rausmachen und wieder aufladen. Kennt das überhaupt noch jemand, Duracell-Häschen? Und läuft und läuft und läuft. Das war so eine ganz alte Werbung irgendwie. Gibt es bestimmt auch auf YouTube zu suchen. Den gibt es ja immer noch, den Hasen. Und leider ist er mittlerweile animiert. Ich finde, man muss nicht alles animieren. Ich mochte das immer, dass das noch wirklich so ein kleiner Roboter war, der da so lang gelaufen ist. Weil es macht irgendwie gar keinen Sinn mehr, eine Batteriewährung für ein animiertes Tier. Egal, wir schweifen ab. Also ich hatte ja gesagt, dass ich ganz dringend Watchtime brauche. Nein, Quatsch. Dass im nächsten Jahr also definitiv mein YouTube-Kanal, der von mir jetzt privat, nicht nur der hier der Fotospace, wieder bespielt werden soll. Und ich denke, ich werde den ein bisschen anders ausrichten, weil wir ja im Grunde genommen den Educational-Inhalt hier gut abbilden, werde ich da ein bisschen mehr auf Kameratechnik und auch auf Outdoor, einfach weil es mir Spaß macht. Und weil man da auch viel über Technik reden kann, werde ich das so ein bisschen machen. Dann habe ich auch immer eine Ausrede, wenn ich irgendwo hinfahren muss und wandern gehen muss. Genau, weil zum Beispiel war ich ja am Anfang des Jahres auf den Lofoten, das hat mir mega Spaß gemacht und sowas in die Richtung vielleicht nicht ganz so weit, nicht ganz so groß. Und da die Leute mitzunehmen. Ich glaube, dann kann man auch einfach mal einen Vlog machen, wo man gar nicht so viel aufwendig filmt, sondern einfach mal die Leute ein bisschen mitnimmt. Und dadurch eben, ich überlege halt, wie man gut schnell Content machen kann, ohne dass er qualitativ da stark darunter leidet. Ja, eure Reise, die du ja hier mit deinem Kumpel gemacht hast zum Beispiel, die kam ja auch ziemlich gut an. Der hat ja relativ gute Zahlen bekommen. Eure Trans- Achso, die Trans-Germany, als wir damals im Radl durch Deutschland gefahren sind. Ja, ja, das war das erfolgreichste Video auf dem Kanal. Das hat mittlerweile, glaube ich, über 30.000 Views oder sowas. War auch einer der Booster für den Kanal und sowas würde ich halt gerne wieder machen. Weil im Grunde genommen, wir planen auch, dass wir nächstes Jahr mal mit meinem Vater segeln gehen. Wir hatten zum Beispiel auch ein cooles Video. Ich glaube, da haben auch viele Leute Interesse und es macht Spaß. Es gibt ja ganze Kanäle, die sich nur um ein so ein Thema drehen, um Segeln, um Radfahren oder sonst was. Genau, das ist sowas, was ich machen will. Ja, und ansonsten eigentlich im Grunde genommen weiter so machen, wie wir gemacht haben. Dass wir das noch ein bisschen ausbauen, da können wir auch gleich mal drauf zu sprechen kommen. The Photo Space, der Baby, was wir dieses Jahr gestartet haben. Das wir dieses Jahr auf die Welt gebracht haben. Genau. Unter Schmerzen. Unter Schmerzen. Wir können ja ganz ehrlich sein, ein paar Dinge haben wir noch nicht umgesetzt, die wir gerne umgesetzt hätten. Also ursprünglich war ja der Plan, auch so Fotowalks und sowas zu machen. Aber Fakt ist, dass gerade dadurch, dass Marc ja dann auch in die komplette Selbstständigkeit gegangen ist, wir die Zeit einfach nicht gefunden haben, sowas zu machen. Gerade der Marc, der ja ständig bloß daran war, die nächsten Bilder zu bearbeiten. Und dann fand ich ja gut. Ich meine, wir haben auf jeden Fall viel Inhalte generiert für den Photo Space jetzt. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 18, 19 Education-Videos. Ich habe, glaube ich, neulich mal reingeguckt. Also so, wo man auch interessante Inhalte hat. Ich glaube, wir können im nächsten Jahr mal gucken. Momentan richten wir uns hauptsächlich ja so ein bisschen eher auf die Einsteiger der Fotografie, dass man vielleicht da auch guckt, vielleicht mal auch ein paar Sachen, ein bisschen komplexere Themen anzugehen. Und dann definitiv eigentlich die Idee weiter auszubauen und einfach auch mit Leben zu füllen, die wir bis jetzt hatten. Diese verschiedenen Coachings, die wir angebieten. Ja, wir sind ja auch dabei oder wir werden das im nächsten Jahr umsetzen, dass wir Kurse zu diversen Themen als digitales Produkt auch rausbringen. Genau. Zum Beispiel, von Lightroom bis Premiere bis Final Cut. Genau, weil es sind jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, seitdem ich meinen Lightroom-Kurs rausgebracht habe. Da hat sich auch schon einiges wieder am Programm verändert. Und ich glaube, das sind auch Themen, die auch echt die Leute interessieren, weil viele einfach mit diesem Programm auch arbeiten. Und wir haben wirklich viele Dinge, ganz ehrlich, wir machen so viele Dinge automatisch, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass wir die machen. Das merke ich immer. Das habe ich auch gemerkt, als ich damals diese Serie gefilmt habe. Ich habe mir dann wirklich ein Script gemacht. Teilweise habe ich selber noch mir mal was durchgelesen, weil manche Tools benutzt man selten. Da muss man selber mal gucken, was können die eigentlich alles. Aber mir ist da aufgefallen, dass ich manche Handgriffe mache. Die mache ich einfach. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und dann fragen mich auch Leute, was war das für ein Shortcut, was du da gemacht hast. Und dann musst du selber nochmal gucken. Ja, genau. Ich habe das schon sehr aufwendig gemacht. Ich habe dann auch wirklich unten immer dann den Shortcut eingeblendet, den ich gerade benutzt habe und so weiter und so fort. Also wir werden da auf jeden Fall daran arbeiten, Kurse auf die Beine zu stellen. Und da dürft ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was wäre denn so für euch ein Kurs, der euch interessieren würde, gerade so als digitales Produkt. Wir überlegen noch, wie wir es machen. Ich denke, die werden dann mehrere Episoden haben, die zusammen dann, denke ich mal, keine Ahnung, zwei bis vier Stunden lang sein werden, schätze ich mal. So ungefähr war mein Lightroom-Kurs, wenn man alle YouTube-Videos zusammennimmt. Also ungefähr die Dauer, dass da auch wirklich ein Mehrwert dabei ist. Ja, genau. Ich würde tatsächlich gerne einen Hochzeitsfotografie-Kurs irgendwann mal rausbringen, weil ich finde, das ist auch sowas, wo du gar nicht so, also natürlich gibt es diverse Hochzeitsfotografien, wo man sowas schon findet, aber sowas auch mal wirklich so von Anfang bis Ende. Was braucht es alles, um eine Hochzeit zu begleiten? Was musst du als Fotograf einfach mitbringen? Genau. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht auch... So als Style-Shoot dann, wo man dann wirklich auch mal so on-location filmt? Nee, ich meinte schon als digitales Produkt auch nicht. Nee, ich meine, aber dann wirklich den Inhalt auch mit ein paar Filmen. Ja, ja, klar. Das meine ich dann sozusagen einen Style-Shoot machen und dann wirklich die Inhalte direkt mit Beispielen. Genau, richtig. Also sowas in der Richtung kann man mir vorstellen. Genau, ich glaube, das müssen wir langfristig planen, weil unsere, ich glaube, unser Problem letztes Jahr war, das haben wir uns alles vorgenommen, aber wir haben es nie eingetaktet und dadurch waren wir immer mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, das musst du wirklich dann dir einen Projektplan machen und die Zeit auch reservieren, dass du dann auch sagst, okay, ich kann da jetzt keine Hochzeit annehmen, weil ich die Zeit darin investiere. Richtig, ja. Also das ist wirklich auch ein Learning für das kommende Jahr, noch besser zu planen. Ich bin der Meinung, dass wir schon relativ gut planen. Ich meine, wir haben einen Kalender, wo wir auch alles eintragen. Wir haben mittlerweile mehrere Kalender für das Studio, für unsere Podcast-Aufnahmen und wir versuchen uns da schon zu koordinieren. Ich glaube schon, dass wir, also ich würde mal sagen, organisiert sind wir relativ gut. Also ich zumindest. Du bist besser organisiert als ich. Ich sorge dafür, dass wir gut organisiert sind. Das ist völlig richtig, das gebe ich dir recht. Aber ich glaube, man kann es noch besser machen und man muss es vielleicht auch besser planen. Und dann gibt es immer Dinge, die halt unvorhergesehen dazwischen kommen. Dann hat man eine Veranstaltung, hier wird man angefragt. Und das war das, was ich aber dieses Jahr echt gemerkt habe. Es kam so viel irgendwie. Ja, nur das meine ich ja, das tut dann vielleicht weh, aber vielleicht ist es langfristig, dann auch okay, wenn man dann mal einen Auftrag ablehnt und sagt, nee, da bin ich ausgebucht, weil ich eben für mein Marketing arbeiten muss. Zum Beispiel, ja. Und der ist ja dann auch nicht kostenfrei, der Kurs. Und dann verdient man da jetzt auch was mit. Ich finde, wir waren sehr, ja, ich sag mal, wie sagt man dazu, generös? Freigebig. Freigebig. Wir haben sehr viel Informationen rausgegeben. Genau, wir haben momentan alles, was wir gemacht haben, ist kostenfrei gewesen. Wir haben wirklich sehr viel investiert. Und ich finde, wir müssen aber auch, da bin ich ganz ehrlich, dann gucken, dass wir auch ein bisschen da was reinspielen. Einfach, dass wir eben auch die Zeit uns nehmen können dafür. Sonst können wir sie uns eben nicht nehmen, weil dann ist der Auftrag eben wichtiger als das Produkt, was wir produzieren. Und das ist so, denke ich mal, die eine Sache, die wir nächstes Jahr umsetzen werden, dass wir da eben das wirklich einen Plan draus machen und dann eben aber auch das monetarisieren müssen, letztendlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch, auch da wieder, es hat eine gewisse Wertigkeit. Weil wenn du einen Kurs einfach so für Ome kriegst, dann hörst du dir den an und ist okay, ob du das dann umsetzt oder nicht. Ja, hat ja nichts gekostet, vielleicht bist du nebenher auf dem Handy noch oder guckst du was weiß ich was irgendwie an. Hast du einen Kurs, den du bezahlt hast, dann hat der, wie bei den Bildern auch, eine gewisse Wertigkeit und dann weißt du es auch anders zu schätzen. Und dann kommst du vielleicht auch ein bisschen mehr in die Umsetzung. Ja, definitiv. Weil die Inhalte sind ja, ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, die Inhalte sind gut, die wir überbringen. Das können unsere Zuschauer entscheiden, ja. Und ja, ich meine, wir fotografieren jetzt auch nicht erst seit gestern. Ich meine, wir wissen ja eigentlich schon, wovon wir sprechen, auch wenn wir immer noch gut dazulernen können. Definitiv. Also, da können wir noch, da können auch wir uns noch steigern, aber wenn ich mir, ich sehe es halt immer, wenn ich im Studio mich irgendjemand was fragt, in den seltensten Fällen habe ich nicht sofort eine Antwort drauf. Also gerade so, was die Tiefen von Photoshop und Lightroom angeht. Wie mache ich denn das? Ja, komm, musst du so machen, so machen, zack und fertig. Da merke ich schon, dass ich teilweise derjenige bin, zu dem die Leute immer als erste Anlaufstelle kommen, wenn sie eine Frage haben. Das scheint ja dann so zu sein, dass ich da doch ein gewisses Know-how mir aufgebaut habe. Man unterschätzt vielleicht auch einfach das eigene Know-how, weil es für einen selber natürlich selbstverständlich ist. Aber das ist wie mit allem, was man einmal gelernt hat, vergisst man gerne, wie schwierig es am Anfang für einen selber war, sich das beizubringen. Und ich muss auch sagen, wir hatten im letzten Jahr öfter mal, also wir hatten einfach freundliche Fragen, die wir gerne beantwortet haben. Wir hatten aber auch Anfragen, wo ich sagen muss, da haben die Leute von uns Wissen gefordert oder Unterstützung gefordert, wo ich gesagt habe, also vielleicht haben sie es selber einfach nicht mitbekommen, was sie da gerade von uns als Dienstleistung fordern. Aber vielleicht waren wir auch nicht konsequent genug, obwohl wir haben es dann eigentlich auch angepreist, gesagt, nee, also pass auf, das geht über das einfache Unterkollegen mal den Rat geben hinaus. Dass wir da auch konsequenterweise dann einfach sagen müssen, du pass auf, das kann ich jetzt so nebenbei nicht leisten, kostet die Summe X, dann können wir da gerne. Kannst gerne ein Coaching bei mir buchen. Ja, aber das ist wirklich so. Also ich helfe gerne und das ist das Problem, mir macht es auch einfach Spaß, den Leuten das zu erklären. Man muss dann aber auch einfach gucken, wo man selber bleibt an der Stelle, weil irgendwo muss man dann schauen, dass man da nicht dem hinterherläuft. Ja, man kann nicht alles umsonst rausnehmen, es ist einfach so. Genau, und wie ich vorhin sagte, und dann kann man ja noch bessere Inhalte generieren, wenn ich weiß, okay, das verkauft sich so gut, dass ich durchaus mal zwei Wochen komplett blocken kann, um einen neuen Kurs auf die Beine zu stellen, weil ich weiß, es kommt wieder rein, was ich da als Zeit investiert habe. Ist ja auch gut zu wissen, dann kann ich nämlich einen richtig guten Kurs auf die Beine stellen und nicht nur nebenbei ein paar Minuten mal einen kleinen Info-Dump raushauen. Hast du noch Pläne für dich selber irgendwie für nächstes Jahr? Ich fliege im Frühjahr nach Finnland, da will ich auf jeden Fall für meinen Kanal ein bisschen filmen. Einfach Winterurlaub, das ist der erste Winterurlaub seit drei Jahren, glaube ich, den ich mache. Wir haben da eine Hütte, wieder mit meinen Eltern zusammen. Also Family-Urlaub. Und da, glaube ich, kann man schon mal ein paar schöne, ich hoffe auch, Nachtaufnahmen machen. Ich hoffe, dass wir vielleicht Polarlichter sehen. Das wäre toll. Wir haben eine gemeinsame Hochzeit nächstes Jahr. Die freue ich mich sehr. Genau, das wird sehr spannend. Das ist auch richtig schön. Es ist im Schwarzwald unten. Da freue ich mich einfach schon, weil die Kulisse richtig toll sein wird. Ein ganz tolles Paar. Ja, genau. Ich habe sie schon zum Engagement-Shooting erlebt. Und ganz toll. Tolle Family. Genau. Das sind so Sachen. Und ansonsten, ja, schauen wir, was das nächste Jahr einfach so bringt. Ich werde jetzt irgendwann mal Zeit finden müssen, um endlich mal die Homepages wieder zu überarbeiten. Das ist sowas, was man meistens dann jetzt über die freien Tage machen kann. Und ansonsten, wie steht es um deinen YouTube-Kanal? Jetzt habe ich von meinem geredet. Hast du da Pläne für oder hast du keine Pläne für? Also zu sagen, ich habe Pläne, wäre echt übertrieben. Ja. Weil ich sehe, dass ich einfach momentan echt am Limit noch arbeite. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich würde gerne mehr machen, aber ich habe nicht die Zeit. Ich schaffe es einfach nicht. Und es ist schon wirklich, ich stehe früh morgens auf. Ja. Ich sitze um sieben spätestens am Rechner. Ja. Heute auch schon wieder. Ja. Ich habe jetzt vor der Aufnahme heute früh erstmal Hochzeitsvertrag geschrieben. Ich glaube, ich zwinge dich nächstes Jahr einfach mal vernünftige Arbeitszeiten einzuhalten. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich irgendwas auslagern muss vielleicht auch. Oder ob ich irgendwie an gewissen Dingen weniger perfektionistisch sein muss. Oder vielleicht auch einfach weniger planen muss. Ja. Sowas wie so ein Shooting-Magazin und so weiter kostet natürlich auch alles Zeit. Ja. So verrückte Ideen schnell umzusetzen. Genau. Und ich glaube, du hast zu viele Ideen, die du gleichzeitig umsetzen willst. Ich glaube, das ist bei dir das Problem. Wenn ich jetzt überlege, du kamst aus La Palma zurück und hast erstmal deine Wohnung gestrichen. Ja. So. Weißt du, wo ich mir dachte, du erzählst immer, du hast keine Zeit für gar nichts. Und dann würde ich dich besuchen und du so, ja, nee, ich streiche gerade die Wohnung. Ich so, what the hell? Also ich denke, vielleicht einfach da an der Stelle auch mal ab und zu ein bisschen. Weil man merkt es dir auch an, du bist die ganze Zeit immer unter Strom. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du dann manchmal wie heute den Schlüssel fürs Studio vergessen hast. Das ist halt wichtig, weil wir propagieren es immer und wir leben es nicht. Ja, also ich möchte im nächsten Jahr definitiv, also mindestens einen Urlaub möchte ich machen nächstes Jahr. Ja. Ich möchte mich ein bisschen mehr um mein Privatleben auch kümmern nächstes Jahr. Das versuche ich mal. Du meinst, dein momentan nicht existentes? Richtig, tatsächlich, weil das habe ich in den letzten drei Jahren sehr schleifen lassen. Das ist einfach so. Aber ich habe halt auch ein Business aufgebaut. Du, ich merke das selber bei meiner Freundin und mir. Wir haben beide Ziele gehabt, die wir erreichen wollen. Sie hat auch privat noch sich weitergebildet. Und wir waren im Grunde genommen so ein Hustle Couple, also mit Freunden treffen. Das war vielleicht ein, zwei Mal im Jahr oder so zu Silvester oder zu Geburtstagen. Keine Ahnung. Und da muss man auch aufpassen, weil man dann selber auch so ein bisschen ausbrennt und einfach nicht mehr den Drive hat. Weil irgendwo fragt man sich, wofür macht man das dann am Ende alles noch? Also das ist was, das habe ich mir zumindest vorgenommen. Wir werden in der nächsten Silvester-Folge darüber sprechen, ob ich das eingehalten habe. Ich zwinge dich einfach dazu. Und was davon eingetroffen ist. Wir haben noch eine Sache, die wir umsetzen müssen nächstes Jahr. Wir wollen mal beide gemeinsam nach Teneriffa fahren. Oh ja, richtig, genau. Genau. Und filmen. Und dann mal von dort aus ein paar Videos vielleicht machen. Ja. Seid gespannt, ob wir das schaffen. Also es ist auf jeden Fall einiges froh im nächsten Jahr. Jetzt schon, dass diese Folge komplett all over the place war. Also eigentlich haben wir vorhin gesagt, wir machen eine schnelle Silvester-Folge. Das wusste ich schon, dass das nicht passiert. Genau. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Genauso all over, wie wir die Folge gestellt haben, machen wir jetzt einfach ganz abrupt. Genau. Hören wir einfach auf. Hören wir einfach auf. Ich würde sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir stoßen auf euch an. Ja. Du hast noch gar nichts getrunken, Marc. Ja. Ich fühle mich schlecht. Zu Recht. Mit Arsch. Ich wollte nicht komplett betrunken durch die Folge hier talken. Lasst euch gut gehen. Kommt gut ins neue Jahr. Sehr schön, dass ihr uns dieses Jahr die Treue gehalten habt. Definitiv. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben uns nicht dafür bedankt, dass ihr wirklich zugehört habt. Wir haben, die Zahlen sind jeden Monat nach oben gegangen. Mittlerweile haben wir wirklich. Die explodieren. Also wir sind so happy. Wir sind mega stolz auf euch. Wir freuen uns auch, dass ihr auch so lange zuhört. Also viele hören ja wirklich die Folge von Anfang bis Ende durch. Also da könnt ihr gerne weiter so machen. Ihr dürft gerne auch noch Wünsche äußern, was wir im nächsten Jahr noch bringen sollen. Und natürlich freuen wir uns immer über Kommentare, die wir dann vorlesen können. Was wir heute vergessen haben, das machen wir dann im nächsten Jahr. An dieser Stelle genau, wenn ihr über die Feiertage vielleicht Langeweile habt oder euch was anschauen wollt, schaut einfach mal auf unsere Kanäle. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Mark findet ihr unter markfalksphotography auf fast allen Plattformen. Mich unter Felix Baum oder Felix Baumfotografie auf fast allen Plattformen. Er braucht Watchtime. Jetzt hör auf. Sonst kriegen wir in den Kommentar dieses Betteln nach Aufmerksamkeit. Das ist schlimm. Nein, tut euch ja was Gutes damit. Genau und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal oder bewertet uns gerne auch auf Spotify oder iTunes. Da würden wir uns sehr drüber freuen. In diesem Sinne, aufs neue Jahr. Cheers. Und bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt trinkst du gar nicht. Jetzt hast du eingeschossen und trinkst nicht mit mir. Aber ich habe das Mikro nicht weggeschoben. Siehst du? Cheers, auf die nächsten 20. Sonst beschwerst du dich immer, dass ich hier keine Outtics für dich mache. Ja. Übrigens, ob die Leute sich beschweren werden, weil ich heute keine Mütze aufhatte? Wenn, dann zu Recht. Wir hatten schon mal eine Folge, wo du keine Mütze aufhattest. Die ist total gedroppt. Hat keiner angeguckt. Wahrscheinlich, weil meine Stirn so glänzt. Ich stoppe jetzt diese Aufnahme. Schwierg 1400 Blinden ist in Ordnung. Jenny fusioniert. Und seit Ostoo 5 Jahren 1986 in mellan mir. at 445 saboriert. Für jedenotherapy 3 homework. Keine Ahly bom. Vielen Dank.